Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Bleib so wohl stehen! Ich stehe doch schon! Damn you, Bastard! Ich stehe doch schon! Na komm! So werde ich das nicht schaffen! Sieh mal an, was haben wir denn da? Wo ist meine Waffe? Der hat mir meine Waffe geklaut, der Spass! Wieso automatische Speichern? Was soll der Scheiß? Jetzt machen wir an! Das bringt es ja nicht! Moment mal! Das hat viel weniger Schaden, das bringt es ja nicht! Okay, Mann! Meine Fräser noch was du nervst! You scratch my nose BITCH! Fridge Boy. Haha, Mama. Bleibst du wohl stehen? Nein, ich bleib nicht stehen. Du bist doof. Meine Fresse nochmal. Wie soll ich den denn kleinkriegen mit der? Kann man das mal sagen? Scheißen Dreck, ey. Verdammte Hacke. Wegen der... Skordo, der Anführer der Bande, bewacht einen geheimen Tunnel. Tunnel? Was für ein Tunnel? Wovon redest du da? Hast du dafür einen Beweis? Hm. Es gibt da so einen Schlüssel für den Zugang zum Tunnel. Ach ja? Dann zeig ihn mir doch. Da ist das Problem. Nun denn, dann weißt du ja, was du als nächstes zu tun hast. Jetzt nicht. Du bist witzig. Ich kann dir nicht kennen. Ich bin zu schlecht. Zu schlecht. Gott, Nesse. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Mann. Verdammter Hacke, Leute. Verdammter Hacke, sag ich da nur. So ein dreckiger Scheiß. Warte, so ein dreckiger... Leg doch mal ein Ei, ihr Hühnerscheißen. Wo ist dieser komische... Dahinten ist der. Irgendwer muss sich mal darum kümmern. So. Äh, äh... Was hast du dafür gek... Fleisch? Bitte. Oh. Bla, bla, bla. Ist mir egal. Ich bin mal hier. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Danke. Ich habe die... Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier ist der Trank, den ich dir versprochen habe. Hast du? Sonst werde ich mir hier mal eben noch die zwei Tränke holen. Und die acht Tränke. Scheiß hier. So ein dicker Scheiß. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt habe ich so ein pittiger Schwert. Also noch pittiger als pittig meine ich damit. Runter mit der Waffe. Ja, verschwinde von hier. Ihr seid so witzig. Ich soll ihn irgendwie töten. Ich weiß noch nicht, wie. Ihr witzboll, Alter. So witzig. Und der hat wieder volles Leben, ist klar. Jetzt fangen wir an. Die beste Taktik ist gerade einfach nur draufwauen, Leute. Fick dich. Fick dich, Skorpio. Fick dich. Fick dich in der Arsch. Fick dich in der Arsch. Fick dich. Fünf. Taste fünf. Nimm den Trank. Und. So, jetzt kommst du hier nicht mehr raus aus der Ecke. Oh Gott, ich hasse mich fast. Muss mal eben gucken, dass ich hier mir einen Trank nehmen kann. Fünf. Nein, 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 nein. Nein. Sieh mal an. Was haben wir denn da? Du, Spaß, Alter. Du kriegst gleich richtig Probleme mit mir. Du kriegst gleich richtig Probleme mit mir. Moment mal. Der hat das Schwert nicht abgenommen. Da muss mein Schwert hier noch irgendwo da unten liegen. Moment. Wir nehmen jetzt erstmal einen Trank. Werden die netten Sachen hier wieder ausrüsten, meine Leute. Steck die Waffe weg. Ja. Oh, Spaß, Alter. Du, Spaß, Alter. Du, Spaß, Alter. Leck mich. Bleib so wohl stehen. Oh, scheiße, Alter. Affe, 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 scheiße. Du, Spaß, Alter. Verpiss ich doch mal auf meinem Leben, Alter. meine Fresse verbiss dich doch mal ey, jung, langsam meine Fresse noch mal ja, komm schon komm schon ja das vergisst du mir meine ganzen Sachen hier 600 Gold, what the fuck muss ich den speichern, Moment ja, ich habe ihn getötet boah, so ein speichern Moment, ich sehe gerade gar nichts, liebe Leute so, da ist mein Schwert, ja scheiße, scheiße, scheiße scheiße, scheiße was ein kranker Scheiße die Tür führt mich zum Schrank Alten, so ein Scheißfight dahinter wieder nur, nö ich bin jetzt gelandet, ich bin falsch, ich glaube, ich bin mit dem falschen Zweig Moment, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? für den Eingang zu, zu, zugang zur Stadt okay, können jetzt jederzeit aus der Straße raus, wie die Leute, Nautilus, wie sie ist die hat meine Schale sehr interessant so, wir nehmen das Ding wieder an uns was haben wir da? da liegt auch was Hering nehmen wir an uns aber jetzt, im Dunkeln kann ich hier schlecht weitersuchen, liebe Leute deswegen werde ich jetzt einfach weitergehen und wir zurück so ein Spaß, Alter so ein Spaß was ein Kampf was für eine Pottverschwendung was für alles, ey dreckig so, ich mach mal eben ja, ne, tue ich das aber nicht und die Pottacke so, ich mach mal eben so, ich mach mal das Pottacke so, es ist so, ich mach mal so, ich mach mal